hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Rundspiel und lustige Dinge Video vom Goat Simulator. Jo, wir müssen nochmals die Goat Statue hier unten probieren zu holen. Schwein. Besser. Nein, ist nicht so. Okay, so. Vielleicht mit dem Fisch irgendwie ein bisschen hochfliegen. So, wenn man hier oben startet. So, kurz nach Erinnerung. Ja, meiste mit dem Fisch geht's direkt gut. Okay, sehr gut. Gehen wir mal mit High Speed zu Handalf, glaube ich, oder so. Das ist wie ein Gandalf-Verschnitt. Aber wo ist der da auf dieser Seite? So, jo. Ja, ich möchte natürlich ein Magier werden. Das ist wichtig. Muss mir helfen. Ah, Pendalf heisst er, weil er ein Penner ist. Hallo, ich möchte gerne besorgen einen Müllsock. Okay, mache ich doch für dich. Äh, so aber nicht. Äh, ist Fisch überhaupt gut mit der Zunge? Hallo, ich bin ein Fisch. Wie gesagt. Also, das geht schon mal nicht. Wenn wir noch zur normalen Ziege für die Quest. Wir sind ja eine Ziege. Oh. Äh, ich habe mich ein bisschen übernommen. Jetzt stinke ich und furze die ganze Zeit. Ah, okay. Wieder ein Zeltbar. Äh, äh. Müllsock Nummer zwei. Hier ist ein Müllton und kein Müllsock. Ja. Jetzt stinke ich wieder und ich kann mit der Zunge. Okay, jetzt. Sehr gut. Ja, und jetzt? Einen gut aussehenden Karte. Was ist da drüben? Das ist ein Karte? So, das arme Spiel. Ist sowas rum. Wunderbar. Und jetzt? Was machst du? Hallo. Oh, ich habe Flügel bekommen. Geil. Okay, dann können wir hier rein, oder? Yeah. Feenflügel. Trägt mal wieder eins aus der Suche. Unbedingt. Und? Ja, wir sind raus. Aus der Welt. Die Omega. Oh, das ist ein großer Dandalf. Ui. Was ist hier hinten? Irgendwas ist dort hinten? Hm. So ein Stern oder so. Also hier oben muss doch etwas sein, oder? Hm. Ich glaube aber nicht. Okay. Ich versuche es jetzt nicht, weil es ein bisschen schwierig ist. Okay. Was müssen wir machen? Wir müssen ein bisschen jumpen dran. Nein, nicht so weit. Oh. Ist doof. Hier kommen wahrscheinlich... Ja. Wir nicht hin. Oh. So. Hier oben könnte irgendwas sein. Nö, aber hier. Oh. So ein Mist. Kann ich mir im Jetpack wieder hoch? Ja, okay. Wir fallen ganz runter. Nein. Wo lande ich wieder? Bei einer Gooch-Statouin. Okay. Wir müssen leider nochmals dorthin rennen. Geht es irgendwie schneller? Ich glaube, die Flügel könnte ich mal kurz wegmachen. Hm. Nehmen wir doch mal hier. Der schnelle Autor. Das geht schneller. Das ist dieser Verfahren. So. Ihr wisst ja, ich bin sehr gut im Autofahren. Boah. Ja, wenn man es halt ein bisschen zu schwer hat. Was war denn das schon wieder? Hä, da ist ein Fahrer drin und der habe ich rausgeworfen oder so etwas. Schon wieder falsch. Hä, habt ihr das gerade gesehen? Es war ein Fahrer plötzlich gespawnt. Ich will nur die Goldstatue noch haben, die da unten war. Also ich müsste eigentlich runterfliegen mit dem Flügel. Was muss ich drücken? Hä? Dann irgendwie... Ich kann die Flügel nicht mehr benutzen. Na doch. Hey. Aha. Blöde Flügel. Nein. Gibt es nicht etwas anderes, wo man schweigen kann? Ah, jetzt sind wir nicht draussen. Mhm. Genau. Das Spiel ist völlig verpackt. Das hat irgendwie einen Sinn gegeben. Also ich muss die ganze Zeit leer. Da hast du gedrückt lassen. Gut. Nein, nicht gedrückt lassen. So geht doch. Wunderbar. Aber man muss immer wieder drücken. So. So und jetzt? Ah. Ne Polizio. Ich helfe. Was ist da passiert? Was ist denn hier hinten? Wir sind ganz nach oben gehen. Schauen wir mal. Aha. Aha. Da oben ist doch etwas. Gut. Wunderbar. Was ist denn das? Ein Horn. Ein Horn. Oh. Ein Horn. Ein Horn und zwei Horn. Hm. Jetzt sind wir eigentlich fertig, oder? Wenn man nur irgendwo nachschauen könnte, was uns fehlt, wenn wir irgendwas verpassen. Nicht gerade gut sehen, oder? Aber scheinbar... Ja. Haben wir hier alles? Ah. Ah. Okay. Und hier kommt man wieder zurück. Und Perlglanz. Neue Ausrüstung. Weißt du schon. Wir haben... Hä? Aha. Okay. Ich dachte schon, das wäre ein Fell. So. Machen wir ein bisschen Yoga. Wie ist denn mein Little Pony? Hahaha. Muss ich hier irgendwas machen? Dann kann jemand mich streicheln kurz? Auf einem Trampolin zehnmal in Folge. Haben wir überhaupt ein Trampolin? Ja, das möchte ich jetzt aber nicht machen. Ich möchte, dass jemand mich streichelt. Aber bitte jetzt. Ich bin ein kleines Einhorn. Ich glaube, die streichelt mich nicht. Die Menschen sind ja immer so schnell wütend. Auf dem Museum kann noch irgendwas sein. Die reden nur. Komm schon bitte. Was war die Taste fürs... Nein, ich will es empfangen. Äh. Äh. Hahahaha. Was macht die denn? Wie kann man sich streichen lassen? Wow, Sitz, nicht ans Tal, komm, bitte streichel mich mit dem komischen Hals. Yeah, ich wusste gar nicht, dass Menschen, also NPCs darauf reagieren. Nein, nein, das funktioniert nicht bei mir, ich bin genug intelligent, auch nur so blöd. Streichel mich doch. Ich bin glücklich, also streichel mich. Was machen denn die Menschen die ganze Zeit? Hallo, ihr seid verpackt. Aufwachen. Aber der da. Der ist ja glücklich dort. Komm schon, bitte streichel mich. Wie geht das? Ja sicher, ihr habt Angst. Hallo, streichel mich doch. Ach komm, die Punkte brauchen wir jetzt also nicht. Also, als nächstes können wir hier mal ein Cake kaputt machen. Ja. Ja Baby. Ja. Ja. Ja, ich wollte hier auf dem Museumdach kurz nachschauen. Und dann möchte ich etwas machen mit einer Kugel. Mal schauen, was die Kugel so anrichtet. Mal schauen, was die Kugel so anrichtet. Also hier könnten wir dann auch mal hoch, aber jetzt noch nicht. Mal schauen, was die Kugel so anrichtet. Mal schauen, was die Kugel so anrichtet. Mal schauen, ob das Kugel so anrichtet. Also, ich muss mal sagen, dass wir noch nicht mehr so anrichten können. Soweit es zu schräg ist, kann ich hier nicht hoch. Hier kann ich aber hoch. Oh. Okay. Äh. Äh. Also, was hast du hier gebraucht? Da hat jemand aber Lust auf Banan. Ich habe auch Lust auf Banan. Ja, sie müssen mit dem ausweichen scheinbar. Und die Goldstarde noch so. Ja. Nicht gut ausgewichen, aber wir haben es. Hier drunten könnte noch etwas sein. Uuuuh. 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 Die Flügel kann man gut, mega gut. Irgendwo oben bleiben. Hier haben wir alles gesammelt. Außerdem gehen wir direkt zu dem Lustigen, wo ich machen möchte. Mit einem runden Stein. Aus Indiana Jones und der Temp. Nein, und... Also der erste, glaube ich. Der erste Indiana Jones. Der Heilige Gral, oder so. Auf jeden Fall sieht es lustig aus, wenn man mit einem Blügel manchmal so klappt, äh, liegt. Ich weiß nicht, ob irgendwas drinnen ist, immer. Ich möchte unbedingt diesen Mülleimer hier... Was, äh, sie werden eine Flasche mal begröseln. Äh, unfair. Fische plagt man nicht, die sind vom Aussterben verdreht. Huiiiii. Huuuu. Huwa. 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 Also ich habe nachgeschaut, ähm, mit dieser Fanquelle. Habe ich, glaube ich, gar nie etwas gemacht. Oder so, ich war, habe irgendwie den Part vielleicht auch nicht hochgeladen, also von Twitch rübergebracht. Kann man hier irgendwie hochheben? Muss ich das eigentlich noch machen? Okay, dann machen wir das mit den Radohren. Radarohren. Ähm. Ich habe Rücken. Was geht? Ich muss hier. So. Also wo in die... In die Richtung. Jetzt haben wir hoffentlich schneller. Fertig. Ach komm, ey. Äh, was ist schneller? Mir hin holen. In die Richtung jetzt. Hier oben? Ja. Wie man sich immer irgendwo reinglischt. Da unten ist es nicht. Da ist es. Mega geil, dass es in der Nähe ist. So. Was haben wir jetzt bekommen? Hä? Hä? Wie ist es hier? Ah, jetzt. So. Ein Schildkröten-Bandana. Ein Schildkröten-Bandana. Geil. Schildkröten-Haut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann ein ganzer Schildkröten jetzt sein. Ja, mit dem Riha nicht. Und was passiert jetzt schon wieder mit uns? Was? Ist irgendwas explodiert? Ne, er sieht nicht so... Ja. Okay, hier drinnen könnte irgendwas sein. Getroffen von Fassbrand. Äh. Sind wir irgendwie hochgeglitscht? Okay. So. Da könnte das drin sein. Ah, das mit dem Trampolin müssen wir doch machen. Ja. Ja, es geht immerhin nicht zum Bewegen. Komm schon. Das ist hoffentlich ein Trampolin, sonst haben wir ein Problem. Ich kann leider nicht irgendwie wenige hoch springen. Containerplaner. Also wir müssen wahrscheinlich etwas anderes nehmen. Das bringt nichts. Schade. Jetzt sind wir höher aus dem Kran. Und daneben. Es... Ich bin auf einem Mensch gebaust. What the fuck. Also ich möchte noch in diesen Container rein. Wann ja... Es ist immer Schlei. Was passiert mit uns? Was ist denn los? Heiheihei. So. Ja, es ist wirklich nichts drin. Okay. Ja. Sehr gut. Also ich möchte... Nein. Ich will wieder irgendwo rein. Ich mag Schleime nicht. Da oben ist glaube ich auch irgendwo etwas. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich muss unbedingt das da mit dem Ding machen. Also ich wechsle jetzt mal wieder zur Ziege. Und tue mich natürlich. Schickröten. Ich bin immer Raffaello Fan gewesen. Was hat der Raffaello? Die zwei Dreizäcke. Die drei... Kleinen. Dreizäckchen. Und... Schickrötenruhen. Schickrötenpenser. Ähm... Hier ist gar nichts mit Schickröten. So Safari-Overall. Können wir nehmen. Kopf... Bandana. Gut... Empfohlen. Ein Gärtner-Outfit. Sushi. Es hat riesiges... Himmlische Flügel. Ja, ich möchte hier aber... Freischaden. Bell-Huf. Äh... So, hier. Gut. Also als Schickröte machen wir Indiana Jones Sachen. Gut. Ich wollte eigentlich den Goliw erwischen. Gut. Dankeschön. Komm, wir nehmen den Clown mit. Wo ist der Clown? Das sollte hier irgendwo sein. Habe ich gesagt. Da vorne. So, hallo. Funbo. Funbo... Du bist aber lustig. Ich auch. Hoffe es. Für alle Zuschauer. Dass ich genug lustig sein kann. Sonst einfach meckern. Mähe-kern. Aber nur meh-kern. Nicht meckern. Aua. Meckern dürfte ich natürlich auch. Kann ja immer wieder verbessern. Bruder. So. Also. Wenn es echt zu langweig ist. Einfach sagen. Wann war es zu langweig? Ja. Das Spiel ist halt auch ein bisschen random. Lustig oder so. Aber... Ich denke es geht schon. Also. Wir sind hier. Funbo der Clown quetscht sich jetzt hier durch. So. Und wir müssen... Was müssen wir eigentlich machen? Ah. Okay. Wir haben den Stein. Funbo ist wirklich toll. Er hat uns geschafft hier rein zu kommen. Okay. Was können wir machen? Oh. Oh Gott. Hitsch. 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 Geil. Einfach die Q-Taste und die rechte Maustaste drückt lassen. Ja. Dann wieder drücken. Kann ich das jetzt machen? Aber wir kommen so nicht vorwärts. Wie kommen wir am schnellsten vorwärts? Schade, dass es so leicht ist. Das ist ja viel zu leicht. Das ist ja nicht so gut. Ähm. Ich habe gebrananced. Die Musik-Engine ist ein bisschen doof. Also. Was machen wir jetzt? Wir gehen kurz ins Powercast. Da ist sicher irgendwas. Hallo. Oh nein. Der Ball kommt nicht mit. Der Ball kommt nicht mit. Was ist das für eine Musik? Wieso ist der Ball jetzt plötzlich hier? Hallo. Ball komm wieder raus bitte. Bitte komm raus. Bitte. Der Ball kommt nicht raus. Meine Zunge ist langsam. Ach bitte. Ich habe irgendwelche Probleme mit der Zunge. Aber ich weiss nicht wie. Kann ich mit dem Lift fahren. Ja. Ich weiss nicht wie dehnbar meine Zunge ist. Aber. Ja. Ich probiere es noch ein bisschen weiter. Irgendwann kommt der Ball. Bin ich schon raus. So. Ja. Was kann man da gross machen? Aber mit dem Flügel kann man irgendwo hinfliegen. Oder ein bisschen schweben. Oh. Der Ball ist wieder hier. Yeah. Der Ball ist wieder hier. Geil. Ich möchte mal hier irgendwo hoch. Da gibt es irgendwo. Genau hier. Okay. Der Ball kann mal weg. Tschüss. Oh Gott. Genau hier war es. Das weiss ich noch. Es war vor elf Monaten. Also wahrscheinlich im Februar oder so. Letzten Jahres. Was ist das? Jo. Der Februar wäre cool. Und ich das Update für Last Epoch am 21. Februar. Sehr wichtig. Kann ich irgendwie hier so? Oh. Fett. Gut. Dann gehen wir irgendwie anders hoch. Oh. Fast werde ich wieder hoch. Komm. Ach Mann. No. Immer das Problem. Der Schildkrötenfisch wieder. Gehen wir lieber auf den Baum. Äh. Wo ist der Baum? Hallo? Ja. Ja gut. Es geht nicht so gut. Aber wir haben es fast geschafft. Nein. So geht es nicht hoch. Da ist ja eine Glühze. Ah doch. Hm. Knapp nicht. Nein. Ich konnte nicht Erd-Taste drücken. Wie kommt man denn hier hoch auf diesen Seilpark? Wie es aussieht. Wie es aussieht. Hier einfach überall oben Brommesten. Aber nicht. Ich möchte doch nur kurz eine Godstatue holen. Zum Beispiel hier hoch. Und dann mit den Flügeln. Wir haben die Flügeln gar nicht mehr. Rücken. Flügeln. Ach Mann. Mit dem Fisch geht es nicht mehr. Mit der Giraffe geht es doch. Sicher. Ah die macht nur komische Bewegungen. Kann ich mit der Giraffe da hoch? Ich könnte von hier aus aus mit der Giraffe. Knapp nicht. Jeder fährt so eine blöde Steuerung. Oh. Ja. Ich bin oben. Ey. Grindr doch. Grindr? Das ist falsch. Grindr. Jetzt. Ok. Nein. Nein. Ach Mann. Das Spiel ist sowas von kaputt. Mit der Steuerung. Also. Schaffen wir das. Knapp nicht. Aber wir können uns gleich noch hochglitschen. Nein. Nein. Können wir uns noch hochglitschen? Können wir die Goldstatue? Ja. Ich bin oben. Ja. Ja. Ok. Dann gehen wir mal noch hier rüber. Hier ist auch irgendwo eine Goldstatue in der Luft. Aber ich weiss nicht wie man hinkommt. Ähm. Das habe ich geschafft bei meinem letzten Spielstand. Da habe ich ja verloren im April dann. In irgendeinem Festplattencrash. Aua. Jaja. Mein Gott. Das Spiel ist so broken. das spiel ist heftig spoken ich kann nicht mehr wollte eigentlich nur auf dieses haus ja dankeschön fürs überfahren hey hallo da oben ist etwas geil hey hallo lass mich doch nach oben du blöde giraffer was ist das was macht die giraffe hier nur kurz gut 9.1 schon eine tonne gemacht ob das weniger lustig ist die giraffe ist so broken aber sie tut mich nach oben werfen wieso kann ich hier jetzt geht es aber okay die ziege ist so broken ich kann mich nicht mehr so lange zeit der art ist leider schon fast über ich muss irgendwie hier hoch kommen ja genau so jetzt also jetzt nochmals ganz normal so und jetzt hier hoch gut was ist denn hier oben hier waren wir noch nicht das kommt mir nicht so bekannt vor das kommt mir doch bekannt vor wahrscheinlich bei einiger zeit einfach wo elf meinen denn okay könnte schon sein dass wir erst kurz hier oben waren also wo ist die gold statue die hier irgendwo man sieht sie leider nicht sie müsste irgendwo hier auf dem wasser sein und ja da will der entwickler irgendwie dass wir irgendwo runter fliegen und sie langsam einsammeln aber ich habe sie damals per zufall äh weiss nicht mit dem jetpack oder so erwischt 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 erwischen auch kann man mit so einem drachenfliegen wo durchfliegen genau der ist aber ich weiss nicht wie man ihn erreichen soll wenn er so schnell ist oder aber man sieht sie echt jetzt nicht ich weiß auch nicht genau wohin also wir könnten hier rüber fliegen aber das geht glaube ich nicht ganz ich muss trotzdem hier hoch und aber ich habe sie best gedeckt okay da müssen wir anders hingehen wir gehen jetzt auf das höchste gebäude wir gehen einfach mal auf dieses gebäude kurz noch und der part ja da kann auch ein bisschen länger gehen oh wie kann man hier hoch jetzt oh ja hä wieso können die da hoch fliegen und ich nicht komisch ich bin zu schwer oder so ah ok man muss es nicht richtig machen goldstatue sehr gut wie viel habe ich hier von 29 nein von 29 ist schon mal gut und jetzt müssen wir kurz irgendwas finden was uns nach oben bringt nein hier ist auch nichts okay wo ist jetzt die goldstatue ich sehe sie einfach nie ich sehe sie einfach nie da ist auch irgendwas am fliegen hm ok ok so so aha gut ah jetzt sind wir fast oben ich hatte glaube ich im live stream echt mühe gehabt damals vor elf monaten gold 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 sehr gut jetzt haben wir 50 was haben wir also irgendwas haben wir erreicht in meilenstein dadurch habe ich die goldtürne freigespielt so oh nein 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 schön oh nein nicht durchglitschen so wunderbar was ist denn hier drüben nix so und jetzt von hier hier hoch sehr gut hey wir haben das first ding gemacht wir sind nirgendwo runter gefahren nein nicht drüben wie kann man wieder fliegen also fliege ich jetzt gerade nicht gut so jetzt was ist denn hier noch hier drüben ist nichts auf der anderen seite hoffentlich auch nichts jeje öh da sie haben irgendwas rausgeglitscht ok was kann ich denn hier noch machen irgendwas muss ich doch hier machen können ok ok jetzt zu wenig hoch uuuh ist schon ein glück ok muss ich lecken ich muss doch irgendwas hier oben machen können ich bin doch auf dem höchsten Haus da muss ich doch irgendwas machen können oder was also da ganz hoch schaffe ich so nicht mit der zu vielleicht muss ich irgendwas zuerst freispielen damit ich hier irgendwas machen kann keine ahnung keine ahnung nein ich wollte ich wollte doch da drüben hin muss ich es von hier machen äh äh ich kann nicht gut fliegen man die flügel sind ja für nichts ja ich darf nur die leertaste drücken also wir machen das mal später ich muss jetzt den part beenden dankeschön fürs zusehen und jo bis zum nächsten mal tschüss das ist du wirst du